Hallo? Manns, ja. Was machst du denn da? Ey, verbrechst du mal! Zugestossen. Willst du mich verarschen? Was machst du denn da? Hallo? Manns, ja. Was machst du denn da? Ey, verbrechst du mal! Ich habe keine Munition mehr, ich sterbe. Was machst du denn da hin? Mann! Ich wollte meine Köder erschießen für die scheiß tägliche. Aber ich habe vergessen, ich habe keinen Fächern mehr. Mann, hier sind 50 verfickte HP weg. Und schon sind wir gestorben, also einer. Ja. Ey, so weit hinten. Ich sehe aus wie ein Gartenzwerg da hinten. Mann! Ich glaube, dein Köder lebt es ja noch. Da werden wir von keinem Spieler abgeschossen. Da ist er. Ja. Ja. Und du lässt dich dann einfach von ein paar Ködern killen. Mann! Scheiße! Ja. Ja, mit so einer Waffe ist es auch keine kurz. Ja. Oh Mann, 50 HP. Arsch! Bei der Kapelle sind welche und bei Catfish sind auch welche. Aber du warst doch gerade in so einer kleinen Hütte, da gab es doch Lebenssaft. Ah, das kann sein. Soll ich jetzt extra hier ein Paket verbrauchen? Nee, komm, wir gehen hier weiter. Wo gehen wir hin? Nach Catfish. Da ist ein Dings. Versorgungsrad. Okay. Aber du hast gesagt, da wurde auch schon geschossen. Ja, aber die sind bestimmt schon wieder weitergegangen. Du musst dich ja jetzt erstmal nicht heilen. Oh. Sie sind noch nicht weitergegangen. Sind hier vorne. Ich heile mich jetzt mal. Weil er fängt schon die Ballerei an. Ja. Einen habe ich glaube ich. Erschossen? Ja. Und der hockte da so seelenruhig. Dann habe ich knapp über seinen Kopf geschossen und dann habe ich ihn nochmal getroffen. Wo ist ein Kumpel? Also ihn habe ich da irgendwo erwischt. Aha. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der tot ist. Sein Partner war aber schon drüben auf der anderen Landseite. Oh, der ist da vorne. Der da hochpracht aber. Oh, man. Mit der scheiss Karabiner-Offizier. Fick doch die Hände auf. Gut. Ehm. Meinen eigenen Markierungen waren wir am Weg, alter. nein ich habe ihn auch noch gekillt ich glaube auch ich habe seinen kopf dann noch erwischt weil ich keinen titel missbrauch ist das wäre doch das gleiche wie wenn er sagt er wäre doktor nein das ist was anderes war ein doktor ziel das habe ich genau dasselbe habe ich auch bei der polizei gesagt nein das ist was anderes weil ein doktor hat ein examen und meisterbrief zu machen kann sich doch nicht jeder meister nennen ohne meisterbrief das ist wie bei mir ich habe das ist wie bei mir ich habe ein bachelor und ich habe ein examen wenn ich jetzt aber kein examen hätte und mich als dieses aber ausgeben würde und mich in irgendeinem krankenhaus bewerben würde oder sonstwas und das würde rauskommen dass ich gelogen habe das wäre titel missbrauch aber für den meister ist das anscheinend scheißegal so wie ich das verstehe ich nicht asozial was mit den handwerksberufen also wir haben vor wenn zumindest sobald wir mal irgendwann unsere kohle haben ich meine der hat zwar der hat insolvenz angemeldet aber er muss ja irgendwie versichert sein haben wir vor dass mir dass der einen titel kriegt und den titel verfolgen wird gerade für solche handwerkskammern dass der richtig schnappig gemacht wird aber naja wird wahrscheinlich nicht nichts und hier oben in der wohnung muss ich letztendlich nur also das sind halt holzpaneele an der decke und ich stehe nicht so auf holz in holzfarben jetzt weiß ich hab mich jetzt schon informiert was ich was ich tun soll auch sorry wolltest du das ich hätte schon dort genommen aber wenn du es genommen hast alles gut ich habe extra abgewartet ich habe doch extra silent und schleudel oh jetzt habe ich mich jetzt habe ich jemanden getroffen von uns der hinweis prompt ja also in der richtung habe ich schon einmal von crowning king gehört welche richtung da wo wir gerade sind ja genau so hat einer schon fröhlich mit herumgeballert die hunde brummt die hunde die hunde ja natürlich der hinweis aber die hunde im käfig brummen ja erst dann wenn jemand in der nähe ja ich glaube dann in dem ziel rum naja bevor sie richtig bellen das hatte ich geh mal hinten rum weil jetzt haben sie aufgehört das heißt er ist schon wieder eigentlich ist so noch fiebrig ja jetzt ist er wieder hat jemand von euch gerade geschlagen ne hab ich hier am zaun irgendwo ich hab mit der silence wo mich aus tot von wo kam der da wo ich die ganze zeit gesagt habe da in dem areal ab einem zaun ja da ungefähr da irgendwo eben guckst du jetzt zu matze doch in der hütte oben mit einer martini 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 so weit kann ich nicht werken hat ein hit nein ich hänge ja alles gut aber dass der hinweis von so einer reichweite schon ist ja da komm ich nicht hin Lauf! Mann! Okay. Warte, jetzt geh ich mal hinten lang. Ja, das wollte ich auch grad machen. Ich wollte immer aber was reinschmeißen. Lauf nicht so lang ohne mich. Okay, einmal tot. Du hast ihn. Sehr schön. War das jetzt ein Solo oder? Der Hinweis ist weiß. Okay, pass mal auf. Kannst du ihn retten? Na, ich renne wieder zurück dann. Dann hebe ich mich ja auf. Aber er wurde ja scheinbar von von dem Grundstück daneben erschossen aus. Ne, das war der Typ. Achso. Ich guck mal. Martini Henry und eine Bornheim. Aber der Hinweis ist ruhig. Ja, war das jetzt ein Solo oder was? Ich meine um die Uhrzeit jetzt nicht so abwegig. Darf ich mir die Bornheim nehmen? Na klar. Du hast es dir verdient. Außerdem spielen wir Bornheim nicht. Echt nicht? Ne. Das ist doch das scheiß Ding. Ich auch. Ich finde die total easy zu spielen. Oh. Aber dafür liebe ich die Dolch irgendwie. Ja. Ja, die Dolch finde ich geil, aber die Bornheim ist doch schneller, oder? Weiß ich nicht. Ich mag Schnelligkeit. Ne, ich glaube, ob die so viel schneller ist, glaube ich nicht. Ne, hat dafür mal zwei, aber weniger Schaden. Was machen wir ja? Holen wir uns denn das Bounty, oder? Ja. Na klar. Oh. Okay. Achso, will noch einer looten? Das war jetzt nur die Frage. Und soll man ihn vorsichtshalber anpennen? Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so geht. Ach, wir lassen ihn liegen, wenn dann das auch eben der One-Shot. Okay. Danke. Bitte. Ja, also ich mag kein Holz an der Decke. Mhm. Der hat mich informiert, was ich mache, ob ich jetzt so so... Es gibt wohl Paneele, beziehungsweise so wie so Rehgips, was man dran machen kann. Mhm. So die Decke abhängen. Und dann kann man ja auch streichen. Aber ich bin der Meinung, Holz arbeitet. Das gibt ja dann irgendwann mal Rillen. Ja. Aber ob es jetzt im Inneren so schlimm ist, weiß ich auch nicht. Bei einem normalen Holztick eigentlich nicht. Und da ich halt ein armer, kleiner Single bin, muss ich... Also ich muss ja irgendeine Möglichkeit nehmen, wo ich alleine machen kann. Wie sie die Betonung auf Single gelegt hat, mich auch. Ja. Ja, weil er hat... Nein, er hat vorhin gedacht, ich bin verheiratet oder so. Ach so. Und jetzt kommt meine Midlife-Crisis, war verlobt und hatte einen unerfüllten Kinderwunsch. Oh, Mats, heute haben wir hier ja nicht gut getan. Du mit den Kindern, ich damit, weil sie jetzt alleine sind. Oh, von rechts, ich wurde angeschossen. Ja. Ja. Hab sie gesehen. Von Norden. Hier hinter dem Ding ist er. Der Lümmel. Aber was Schallgedämpftes, gell? Mhm. Mhm. Aber so wie es weh getan hat, bestimmt eine Sparks. Ich hab's nicht mal... Nicht mal was zum Werfen. Ich seh da keinen. Ist er vielleicht hier oben? Wanderwarn. Das ist wieder so zacken Buster. Ah, von hier? Halt, warum kann ich nicht markieren? Ja. Aber das sind ja andere. Wo ist der Idiot hin? Der hat sich, glaub ich, zurückgezogen. Nicht, dass er an den scheiß Turm gerannt ist. Herr Spinner. Boah, ich hab nicht mal was zum Schmeißen. Einer ist in der Ruine obendrauf, glaub ich. Ihr wisst ja, ich bin Nachtblind, ne? Ja, ich auch so gut wie durch die Strahler hier rechts und links. Oh, schon wieder. Von, ja. Ach, hier hinten. In einer Ganschalldämpfer. Acht Meter. Wie hinten. Hinter. Und links vorne. Nein! Boah! Ey, wie schnell hat er die scheiß Waffe hier wechselt? Waren das Schweine. Die waren direkt neben uns. Ey, wieso haben wir das denn nicht gesehen? Kacknoobs. Echt? Ja, traurig. Scheiße. Wieso, was war's? Ich hab nicht geguckt. Zwei Pfeilen da unten. Das sagt schon alles. Achso. Oh, muss ich mal gucken. Nein. Also ihr habt mir jetzt vorhin mit dem Thema nix angetan. Und zwar, ich hab relativ früh gemerkt, dass ich mit meiner letzten Beziehung sowieso keine Kinder haben kann. Aha. Weil er einfach vom Kopf her nicht wirklich die Reife gehabt hätte. und zwar eine Nachfrage. Und wir sehen uns. Dies Namenskirale.